Gerhard Mayer, mein Bruder war der Begründer des schwäbischen, wirklich oberschwäbischen Clues. Bis dahin gab es nur einen Versuch in Stuttgart oder in Kirchenglick, die irgendwie gescheitert sind. Er sang dann dieses Lied, was ganz einfach drei Jahre noch in der Hitparade der allergrößten, der auf Platz 495 dahin gedümpelt war, ein Platz vor Hard of Gold. Aber jetzt dieses Jahr ist es Lied um 250 Plätze nach vorne geschossen und landete jetzt auf Platz 244 ein Platz vor Mamma Mia, Mamma Mia von ABBA. Aber ich sage euch, ich wäre wohl mal in der Nachbarschaft von Hard of Gold lieber. Aber jetzt wäre es aber ein Platz vor Helds auf Belz, oder? Ja, das ist egal, aber jetzt bin ich auch hinter. Da wären auch hinter Tote Hosen noch. Aber es ist immer noch 200 Plätze hinterm Hafen- und Bananenblues. Oder 250 Plätze hinterm Bad und Marienblues. Aber ich sage, wir spielen es seit 39 bis 40 Jahren. Das ist ein Platz vor Ort, oder? Blaue zu knackern und highver pair. Also geht's nach Hose Ziel – unglaublich sehr gut. Und wir spielen vierzel half Sch против Indonesia und also stehen vierzel Half of Gold. und springt aus aufs Strasse und spiel im Tafil. Ich suche mir ein Platz oben im Alltag und denk mir, das Spiel aus ist Spieltag, das Geld. Was ist so, was hübsch an meiner Hof? Was hau' ich bloß noch? Jetzt lass mich doch noch. Ja, Mutti, jetzt komm, was du so befrißt. Ich hau' doch schon sauer am Himmel. Mein Hose voll schießt ab. Ich suche mir ein Platz oben im Alltag und denk mir, das Spiel aus ist Spieltag, das Geld. Musik 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 Vielen Dank.